Okay Lol Ich werde aber weiter Ist so gut, dann gehen wir mal hier lang Ich denke mal soweit wird es jetzt nicht sein Einen Warnschuss einfach mal abfolgen, so sparen wir mal irgendwo draufziehen Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Oh oh Das ist nicht gut Na klasse Wirklich? Na klasse Eine Streife hat bereits die Versorgung aufgenommen Okay, das wird scheiße jetzt Kann ich das Tor hier öffnen, Lege? Ach wirklich? Das wird ungemütlich jetzt Oh So schnell konnte ich jetzt gar nicht reagieren Ah, Mist Ich wollte so dumm mit der Bistole aus Spaßmaschinen Muss man dafür gleich gekillt werden? Oh mein Gott, ey Ja Ich wurde also dafür gekillt, dass ich aus Spaß mit der Bistole einem Mann geschossen habe Warum auch nicht? Ich bin nicht bewaffnet Nein, ich bin nicht bewaffnet Nein, ich bin nicht bewaffnet Na dann laufen wir halt den ganzen Weg Noch mal 570 Meter ist ein bisschen viel zu laufen Ich hätte gerne ein Auto Ich möchte aber jetzt keins glauben Weil ich sonst wieder die ganze C2S am Hmm Da unten gibt es Autos Und die werde ich mir auch gleich mal nehmen Und dann gehen wir mal zum C2S Dann schauen wir mal Oh Nachher wird man hier ist bestimmt gleich Wasser wetten Das habe ich mir irgendwie gedacht, dass das passiert. Geht die unter? Ja, die geht unter. Ich finde es aber nice, dass man wenigstens noch raussteigen kann. Dann schwimmen wir halt durch den Fluss durch, man kann es sich ja auch umständlich machen. So, total durchgeweicht bei dem Wetter ist bestimmt auch ganz gut. Geht die jetzt auf oder zu? Ah, die geht auf. Loll, was war das denn? In welche Richtung ist die jetzt aufgegangen? Hä? Ich glaube, ich habe mich ganz selbst umgebracht. Hab ich das gerade gemacht, dass das... Hä? Ist das die Brücke? Loll? Wenn kann ich die von unten irgendwie aufwachen, um das zu sehen? Ist mir jetzt egal. Notrufzentrale, was ist der Grund ihres Anrufes? Geht doch. Man muss sich die Leute nicht mal anschießen. Aber wenn man da gerade nachher aufzieht, dann sind wir ruhig. Okay, das merke ich mir. Dann werde ich keine Autoclown müssen, aber okay. Nein! Ach, du bist so blöde! Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racy, ich fange mit dem Besitzer an und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Alles klar. Finden Sie den Zugangscode zu Rasins Büro. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich mache es jetzt mal auf die gute Alpen und schade beißen. Wuuuuh! Puh! Bleib weg! Wir sind gesperrt! Oh! Schade, ich dachte es geht, ist ja lustig gewesen. Hier komme ich nicht durch. Ne, okay. Ich komme also nur bis haupt vor. Nichts was mich angeht. Sie beträgt ein Sperrgebiet. Schade, ich nehme dich. Okay. Auch der ist eliminiert. Und auch der ist eliminiert. Und auch der ist eliminiert. Okay, wir sind anscheinend in einer leeren Lagerhalle. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Was macht denn so ein Vieh hier? Das ist eine verdammte Firma, die Fisch ausliefert oder so. Wie kann es bitte sein, dass so ein Ding hier rumläuft? Ja, ich habe ihn da drüben gesehen. Zieh mal nach. Okay. Ich muss da oben etwas hacken. Natürlich eine gute Frage, wie ich da ankomme. Ich glaube nämlich mal gar nicht so einfach. Und ich habe es gefunden. Ach, geht es denn hier lang? Ach, hier geht es lang. Nichts. Der Computer. Ich hecke die Kameras durch den Computer. Robert. Schön dich zu sehen. Oh. Bringst du mich aufs Kreuzmann? Ich habe die Biersfrau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du ihn geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden fallen sollen. Du musst mir helfen. Oder ich sage ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Er rennt. Du verdammter Wichser. Dich lasse ich nicht entkommen. Du meinst, du kannst mich fertig machen? Schalten sie ihm kein Takedown aus? Was war ein Takedown? Oh, was sind denn diese Viecher? Wo kommen die her? Okay, okay, okay. Ich komme. Ja, klar. Stell ich mir einen Weg. Ja, stell ich mir noch mal einen Weg. Passt schon. Bleib einfach stehen. Och, Mann. Wieso habe ich so ein beschissenes Auto? Äh, hallo? Wirken Sie endlich jemanden hier raus, okay? Das mögen wir mal. Alter, wie bescheuert fährt sich das Ding. Ich komme, Link. Ich komme. Oh, hat das eine... Alter, das ist eine beschissene Lenkung. Genau sowas brauche ich als schlechter Auto-Fahrer. Eine beschissene Lenkung. Alter. Auf der Straße! Der ist zu uns! Das kann ich gleich gleich noch mal wiederholen. Das war gar nichts. Und ich werde bestimmt nicht noch mal dieses Auto nehmen. Ich zahle ihn einfach ein! Das war's. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ne, ich bin nicht tot. Ah, den Typen erreiche ich nicht mehr. Es war klar. Okay. Ich komme aus dem Büro raus. Du musst den Typen killen. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das Fenster den Typen eventuell schießen kann. Wir machen den Typen. Ne, ne, ne. nicht noch mal das Ding, kannst du vergessen. So. Jetzt sind wir dreht in dein Sperrgebiet. So, hoffentlich hat sich das Ding besser. Markus, ich glaube aber es tut es wirklich. Äh, hallo, finden Sie endlich jemanden hier raus, okay? Das wird gemacht. Bringen Sie mich ab! Äh, ja, ich versuche hier gerade nur irgendwie... ...rüber zu kommen. Hermin, wo wartet du denn? Könnt ihr für so eine Mission nicht ein normales Auto da hinstellen? Das war's, ich... Nicht so neu starten. Okay. Ich werde jetzt erstmal nach einem Auto suchen, bevor ich dieses Spiel begann beginne, dass irgendwas drauf hat. ... ... ... ...